Mein Kind Kikeriki, sie glaubten, es wäre Hahnengeschrei. Die Kisten auf unserem Hofe, die tapezierten wir aus und wohnten drin beisammen und machten ein vornehmes Haus. Des Nachbars alte Katze kam öfters zum Besuch. Wir machten ihr Bückling und Knickse und Komplimente genug. Wir haben nach ihrem Befinden besorglich und freundlich gefragt. Wir haben seitdem dasselbe manche alten Katze gesagt. Wir saßen auch oft und sprachen vernünftig wie alte Leute und klagten wie alles besser gewesen zu unserer Zeit.